Alles, was Sie sehen, ist die Folge dessen, was Sie sind. Was wir beobachten, beeinflussen wir. Die Welt ist so, wie Du bist. Unser Bewusstsein ist die Ursache unseres Lebens. Der Beobachter beeinflusst das Beobachtete. Sieht niemand hin, ist es nicht da. Ist das Teilchen eine Welle im Meer der Möglichkeiten und gewichteten Wahrscheinlichkeiten? Sehen wir hin, erscheint es als Materie. Der Beobachtereffekt. Das Leben wäre nicht das Leben, würde es uns nicht die vollkommene Freiheit garantieren. Aber wie sehen Sie hin? Subatomare Teilchen, sobald sie denn Teilchen sind, haben einen Spin. Eine bestimmte Ausrichtung, Verhaltenseigenschaften. Eigenschaften, welche Sie durch Ihre vorgefertigten Annahmen und Glaubenssätze direkt beeinflussen und steuern. Da Sie nun, ebenso wie alles, was es gibt, aus diesen kleinsten Teilchen bestehen, sowie alles mit allem verschränkt ist, beeinflussen Sie ständig die Materie Ihres Körpers und Umfeldes, Ihrer Lebensumstände. Sehen und erwarten Sie gute Dinge, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit gewaltig, eben dieses gute Leben tatsächlich zu sehen und anfassen zu können. Das Denken in Problemen und negative Erwartungen verändern den Spin Ihrer Materie. Na, wohin? Willkommen in der Wirklichkeit. Sie beeinflussen und kreieren Ihr Leben und Ihr Umfeld sowieso, ob Sie wollen oder nicht. Das Wichtige ist, sich dessen bewusst zu werden und bewusst zu komponieren. Verändern wir unsere gewohnheitsmäßigen Erwartungen, Gedanken und Glaubensmuster, verändert sich das Leben ganz konkret. Noch schneller und zielgerichteter geht dies, wenn wir den Zustand der reinen Bewusstheit trainieren. Wir treten dann sozusagen aus dem rein materiellen Zustand heraus, sind der ultimative Beobachter im Hintergrund und erhöhen die Wahrscheinlichkeit des erwünschten Spins unseres Lebens. Auch in der fundierten Osteopathie wissen wir um diese Dinge und entwickeln uns stetig persönlichkeitsmäßig weiter und trainieren den Zustand des reinen Bewusstseins, sodass wir während einer Behandlung einen Raum öffnen, in welchem tiefe Veränderungen möglich sein können. Wenn Sie die wunderbaren Geschenke des Lebens kennenlernen und anwenden werden möchten, interessiert Sie mein Seminar, meine Schulung, zu diesem Thema Quantum Superior. Die Umstände existieren nicht unabhängig von uns, genauso wenig wie Zitronenfalter Zitronenfalten. Probieren Sie es aus, machen Sie es gut und achten Sie auf Ihren Spin. Danke, dass Sie das Video an diejenigen weiterleiten, welche diese Informationen interessieren könnten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.